hallo willkommen zurück hello welcome back zu einem neuen remastered video long time no see i'm so sorry ja wir haben uns lange nicht gesehen oder nicht gehört ja ich hatte zwar sachen im voraus aufgenommen gehabt aber ich hatte auch gar keine zeit die hochzuladen ja ich weiß auch gar nicht mehr was wir hier genau machen müssen ist auch schon eine woche her dass ich hier aufgenommen habe so ok oh gott nein das ist ja das ist ein bisschen schwierig hier zieht ja eigentlich auf alles das ist so doof hallo dankeschön thank you oh mein gott geschafft ich glaube es gibt eine trophäe wenn alle hier überleben ich hoffe ich schaffe das ok ok we did again oh mein gott ich meine wir mussten hier hin ich bin aber leider nicht mehr so sicher nein oh mein gott nee das mache ich nicht noch mal ich habe keinen bock den dino noch mal zu machen irgendwie wohnt mich das jetzt ok wir haben viele medipex we have a lot of medipex we have a lot of medipex that's good ok ok we do this no 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 oh help me help me wo oh oh mein gott ja ich höre noch an die nur noch an die nur erste deines urno so der pilot seraptor so geht das so ein christ nein oh gott nein nee ich muss alles neu machen oh no okay here we go again we go again yeah yeah c'mere na es soll gar nicht so sein ja ich hab so das so leute das ist so unfair ja so ganz ehrlich dankeschön oh mein gott so wisst ihr was leute ich speicher jetzt einfach weil ganz ehrlich ich platz geht brauche ich nicht mehr ja das ist doch echt blöd jetzt hier aber ganz blöd so ich hoffe wir schaffen das jetzt besser kommen laura please ja okay ich komme nie weg leute eine einzige fehlfolge das ist noch cool hey das ist so du dir das jetzt mal so ich hoffe ich habe keine unten getroffen i hope i don't shoot anybody von the guys okay da vorsicht so ja da ist ein jino wie viel habe ich noch ich brauche ich will kommen in kürzmann hat vor es ist Prozent vorgott leute wie war das nun an die stoffen hier aus da konnte man doch irgendwie drauf oder nicht also soweit ich in erinnerung habe das war irgendwas war da ich weiß nicht mehr genau was i don't know what is here but we are looking okay ja secret stimmt hier war ein secret das habe ich ja wohl so ganz dunkel erinnere ich mich dran mal mal jüdisch so jetzt und einfach so unterspringen oder jetzt ja das hat anscheinend sehr wege getan und da ist ein dino der hängt so so die arme oh gott der arme so aber jetzt kann ich doch einfach so machen oder ja genau ich muss ja sowieso ins wasser und da sind die süßen piranhas die ihr mittagessen haben und die abend als wie auch immer cool cool very cool so oh gott jetzt kommt ich glaube vor der stelle habe ich mich immer so gegruselt früher so speichern saving the game hallo 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 kommt doch mal wieder oh gott ja ich guck mal wie viele secrets ah wir haben alle secrets we have all three secrets very cool oh nee oh es ist so dunkel oh gott nee nee falsche richtung boah wir haben aber sehr viele fackeln we have a lot of light we have a lot of light oh gott ja hallo 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 huh huh what the hell der hat mich was mein gott als ob der mich getroffen hat speicher das nicht nur mal ich wollte nicht das war so unfair der du aus nordkur das war's disgusting so hier ist ein hebel nein 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 oh mein gott ich mag diese stelle nicht i don't like dark room i don't like this kommt doch noch einer ok nobody ist hier ok den habe ich noch nicht die waffe ist eigentlich gut gott oh mein gott ich mag wie gesagt ich mag diese stelle null ja das wir eine menge licht haben das ist das ist das ist das ist das oh gott oder arm der arm oh mein gott wo kommt er denn er den lasse ich jetzt da kann von mir aus da oben bleiben warte mal war da noch was oben oh mein gott also das gefällt überhaupt nicht ich bin froh dass ich das geschafft habe so so wir müssten es mich gerade immer legen ein schlüssel haben wir schon sind die ganzen typen die sind hier alle ja doch die sind alle hier anscheinend jetzt bin ich am überlegen was müssen wir als nächstes machen so da oben drauf müssen wir ja nicht da waren wir da unten schon ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher we are saving the game is this the right way i don't know okay okay was ist oh gott ja ich erinnere mich ich erinnere mich ob ich weiß gar nicht ob wir wirklich hier müssen ja komm wir nehmen die mal ja ich bin da echt das sieht so cool aus ja hallo 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 könnt ihr mich mal nur lassen könnt ihr euer zeug mal essen lasst mich in ruhe hallo doch ah leave me alone hallo ja erst das mal bitte ja jetzt auf einmal gehen die dahin nein ist ja noch was ja gönnt euch gönnt euch richtig leave me alone hallo hallo ist die tür auf ist die tür auf ist die tür auf okay sie ist wieder auf aber ich möchte noch mal eben das medikett aufheben ich mag diese viecher nicht ne lasst mich nein no 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 bye bye ich hab keinen bock auf die viecher lust weißt du ich tue den nix ja okay ich greife in ihren raum ein die hört man bis hier hin aus was krass hoch 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 was tust du da was tust du da laura ach genau hier waren wir ja ich hatte ich ja den dino schon mal platt gemacht glaube ich da ja nicht noch so ein typ genau da oben stimmt 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 ja okay die muss ich machen hallo 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 so was ist hier sind fackeln ja diese stelle kommt mir sehr bekannt vor dass ich sie zu cool aus na wow ja das war schon irgendwie früher cool aus der ort grafik lux cool zu bad bis worden jetzt match besser so ach ja kommen dann haben wir nicht genug davon ich will das gar nicht machen vor allem gibt es hier noch was ach da oben ist da auch noch was ein medikett so laura hebt es mal auf dann gehen wir jetzt dahin ich will nicht aber ich speichere jetzt ich habe so angst ja we are saving the game welche waffe nehmen wir ja nie ich finde die waffe ist eigentlich voll gut für für diese level ist als für die dinos auf jeden fall oh gott ja 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 ich habe angst hallo kommt er auch mal hello oh mein gott ja ganz ehrlich kannst mich mal ja das blöde ist ich ah no oh mein gott nein nein das ist der denn jetzt das ist der denn jetzt mein gott oh mein gott ja geschafft ja der hält aber sehr viel aus ne viel mehr als in tomboyer 1 und 2 in tomboyer 1 sowieso da ist er eigentlich nicht so stark obwohl stark schon so ne der kann uns mit einem oh no oh mein gott oh mein gott es hätte auch schief gehen können ich hatte so angst ne dass der dinos den umbringt weil ich möchte gern die trophäe haben es gibt ja eine trophäe wo man alle ja schützen muss ja ja geh mal runter wenn du willst ich geh nicht ja es will ja finish this part now we going to the airplane mit zum flugzeug gehen und dann haben wir glaube ich auch alles so also dem typ kann schon mal nichts mehr passieren so ja ich höre die dinos immer noch ah genau hier konnte man doch hoch zum flugzeug genau das sieht so cool aus wow 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 das ist ja krass ja da gehen wir hoch möchten wir auch da rein ach ach stimmt da gibt es ja noch diese stelle ja ob ich weiß nicht die ist jetzt eigentlich nicht so wichtig das ist einfach nur eine falle da drin da gibt es da gibt es so eine kleine höhle aber die ist jetzt nicht so wichtig right there there is i don't know i don't know this is not important this is i don't know the english word oh my god hallo ich krieg den ist hallo dankeschön dankeschön so haben wir denn hier noch irgendwas ich sollte mich mal heilen ne das wäre schon cool das wäre schon cool so genau wir haben ja zwei schlüssel we have two keys und das flugzeug das sieht schon sehr cool aus ne that looks so cool here ach ja ja das sieht schon cool aus oh leute konnte man ach krass man konnte vorher gar nicht nach draußen gucken jetzt können wir raus gucken das ist ja oh mein das ist ja cool wow we can look out of the window in the original no we can't see anything cool 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 so gibt es hier noch etwas besonderes hier ah ja oh gott ja diese stelle warte mal jetzt ist halt ich muss mal kurz licht an machen ich muss mal kurz licht an machen ist irgendwas weil ich hier ist ja alles zu war hier irgendwo ein shelter hallo 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 ah hier ok us-bewerger ok bespeichern wir ja ja jetzt müssen wir beten dass wir ich wollte den gar nicht umbringen ich wollte nur den dino das ist doch nicht zu fassen das ist kacke das ist neulich das ist nicht cool dankeschön nein nein auch leute das ist so doof nee 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 das kann man nicht mal diese stelle ne ja komm so ja ganz ehrlich ich hasse es ne ich hasse es wie die pester hate ist man das kann jetzt ein bisschen dauern ja ja komm so der erste dino ganz ehrlich scheiße das meine ich nee nee das finde ich nicht cool das ist absolut blöd das ist nicht cool so ja Errecke. Äh, wat? What? Ey, ich hab... I'm so sorry, guys. Oh Gott, Leute. Ich hab so das Gefühl, das wird hier nix. Also, das ist noch recht zum Kotzen, ja? Ey, jetzt ist der schon wieder tot. Why is he dead? Oh Gott, Leute. Last try. Ansonsten mach ich das offscreen. Nee, das find ich nicht cool. So, ich mach den jetzt ganz... Nee. Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Ah, Leute, warum... Nee, wieso... I'm so sorry. Boah. Nee, das regt mich auf. I hate this. Nee. Wieso? Wie soll ich das zur Hölle schaffen? Jetzt mal ernsthaft. Das kann man gar nicht schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, fuck you. Ganz ehrlich. Nee. Nee. Ey. Nee. Hallo. Ganz ehrlich. Nee. Nee, das find ich nicht cool. Jetzt mal ernster. Wie soll ich das schaffen? Boah, ich krieg das kotzen, ne? Also, nee, das regt mich voll auf jetzt. Boah. Weißt du, da sind so viele Dinos. Wie soll ich das bitte schaffen? Nee, da muss ich das privat machen. Nee. Nicht cool. Boah. Goodbye. Bye. Buka Chaka. Buka Chaka. Brrr. Ha. Du haben Glück, dass ich heute fasten. Du seid schön fleischiges Stock. Du vergisst, dass ich vielleicht selbst Appetit habe. Ja, regelrecht. Ausgehungert bin. Ha. Warum sind deine Vorfahren überhaupt aus der Antarktis geflüchtet? Oh, Koma, Koma. Boser Ort. Viel Fleisch, aber Preis sein zu hoch. Boses zerhacken. Sechster Anführer. Maoki. Ohne Gesicht geboren. Furchtbare Sturme. Männer Ernst liefen weg. Land mit Maokis Fluch. Heute gehen keiner mit dorthin. Aber ihr betet es noch an? Weiße Bursche kam später. Mit magischem Koma-Koma-Stein. In einem Tag feiern wir sein Tod. Das Smeife-Fest. Einer von Darwins Ratrosen. Der arme Töbel. Wo ist der Stein jetzt? Wer dich Kiel holen, haben Glück. Stramme Seemannsbraut. Ich werde es ihm ausrichten. Ah, okay, die Katzen sah ja sehr cool aus. Wow. Ja, wir haben schon gehört, dass Maika Fest, wie ich das ausgesprochen habe, richtig. Boah, ich kann keinen Satz mehr bilden. Ja, 30 Minuten gebraucht, gar nicht so lang ist das Level. Ja. Und jetzt sind wir in der Madubo Schlucht. Ja, cool. Very cool. Ja, dass man nicht schief, man hat das nicht geklappt. Alles mal euch privat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Goodbye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.